Haben Sie bemerkt, dass das Gewicht trotz aller Bemühungen zunimmt? Es ist an der Zeit, Maßnahmen zu ergreifen und eine echte Veränderung vorzunehmen. Lassen Sie die Infrarot-Formweste Ihnen helfen, Ihr Selbstvertrauen zurückzugewinnen. John war einst ein gewöhnlicher Mann mittleren Alters, wie so viele andere, der mit der Zeit an Gewicht zunahm. Seine Hormonspiegel sanken, die Muskeln verschlechterten sich, aber es war nicht seine Schuld. Wie viele andere stand er vor mehreren inneren Herausforderungen. Bis er die Infrarot-Formweste trug, sie beschleunigte nicht nur seinen Stoffwechsel und verbrannte hartnäckiges Fett, sondern förderte auch die Durchblutung und regulierte den Hormonspiegel durch die Infrarot-Technologie, wodurch er seine gesunde Form zurückgewinnen konnte. Bei Hallo BH ist es unser Ziel, Ihnen nicht nur beim Formen Ihres Körpers zu helfen, sondern Ihnen einen gesunden Lebensstil zu bieten, sodass Sie die Kontrolle über Ihr Leben zurückgewinnen. Mit unserer einzelnartigen Technologie und unserem Design machen wir es Ihnen leicht, Ihren Körper im Alltag zu verändern, ob im Stehen, Sitzen oder beim Sport. Sie werden die umfassende Unterstützung dieser Weste spüren, die Ihre Haltung verbessert und Ihr Selbstvertrauen stärkt. Mit der Infrarot-Formweste werden Sie eine Rückkehr des Selbstvertrauens, eine Veränderung der Körperform und eine Verbesserung der Gesundheit erleben. Egal, welche Herausforderungen Sie bewältigen müssen, wir sind an Ihrer Seite und unterstützen Sie bei jedem Schritt, um eine gesündere Version Ihrer selbst zu werden. Klicken Sie jetzt auf den unten stehenden Link, um Ihre Infrarot-Formweste zu erhalten und Ihre Transformationsreise zu beginnen. Klicken Sie jetzt auf den unten stehenden Link, um Ihre Infrarot-Formweste zu erhalten und Ihre Transformationsreise zu beginnen. Klicken Sie jetzt auf den unten stehenden Link,